Sankt Peter-Ording gehört für mich zu den Schmuckstücken Schleswig-Holsteins. Die vielen Restaurants, Cafés und Läden lassen wir gleich mal hinter uns. Das Ziel ist der Strand. Schon der Weg etwa über die Seebrücke ist ein Erlebnis. Der Blick auf die Priele und die Dünen lässt uns das hier und jetzt sofort vergessen. Die Natur lädt ein zur Meditation. Und zwar zu jeder Jahreszeit und bei jedem Wetter. Und dann sind sie da, die berühmten Pfahlbauten auf dem schier unendlichen Sandstrand. Sankt Peter-Ording ist definitiv die größte Sandkiste Deutschlands. Und wenn man etwas Glück hat und relativ wenig Menschen hier unterwegs sind, was leider nicht allzu oft der Fall ist, dann kann man hier tatsächlich Ruhe genießen. Diese unglaubliche Weite zwischen den Dünen und dem Meer und den unendlichen Blick über die Nordsee. Die ist zwar wegen des Tidenhubs alle sechs Stunden verschwunden, aber sie kommt wieder, versprochen. Bernstein sammeln und spazieren gehen ist angesagt, die frische, salzige Brise vom Meer genießen. Während sich im Sommer die Badegäste hier fast stapeln, ist es in den anderen Jahreszeiten eher ruhig, was mir persönlich deutlich besser gefällt. Und was Marion hier macht, versteht sich von selbst, oder? Pinseln. Sankt Peter-Ording, ein Schmuckstück eben.